Dynamo TV wird präsentiert von Verticales und Hamburger Personenauffangnetze. So, ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz, die leider Gottes wieder mal virtuell stattfinden muss. Heimspiel der Schanzen, wie gesehen gegen Dynamo Dresden, Endergebnis 1 zu 0. Heimsieg für den FC Ingolstadt 04, in der Hoffnung, dass man uns oben auf der Pressetribüne hört. Das möchte ich zunächst den Gästetrainer um sein Statement bitten. Markus Kautzynski, Markus, dein Fazit bitte zur Begegnung. Ja, erstmal Glückwunsch an den FC Ingolstadt und dann Thomas zum Erfolg. Ja, wenn ich jetzt sage, wir waren gut drin, dann waren das wahrscheinlich die ersten vier Minuten. Dann hat das Spiel eine Wendung genommen. Wir verlieren unnötig den Ball, kommen dann in eine brenzlige Situation. Ich denke, dass man einen Elfmeter geben kann, wenn ich die Bilder jetzt sehe, glaube ich, dass es ein Elfmeter ist. Ich habe meinen Zweifel, ob man einen Rot geben muss. Ich glaube, es ist eine Aktion zum Ball und es sind auch Leute drumherum, dass es Gelb auch getan hätte. Auf jeden Fall steht das Spiel natürlich auf dem Kopf. Dann haben wir, glaube ich, ein bisschen Zeit gebraucht, uns zu sammeln. Wir waren erstmal darauf bedacht, wenig zuzulassen, haben das ordentlich gemacht, ohne jetzt vielleicht Entlastung zu schaffen. Dann haben wir ein, zwei Bälle leicht verloren, mussten, glaube ich, uns erstmal so ein bisschen einstellen. Dann haben wir mit Ransford einen eigentlich offensiven Mann nach rechts hinten gestellt. Er hat das zum ersten Mal gemacht und er hat das ordentlich gemacht. Wir haben jetzt nicht Dauerdruck gehabt, weil wir immer noch spielen konnten, weil wir immer noch auch eine gewisse Spielkontrolle hatten, ohne jetzt wirklich gefährlich zu werden. In Unterzahlung in der zweiten Halbzeit, glaube ich, dann immer wieder gefährlich geworden, am Ende nochmal offensiver geworden. Ein, zwei Möglichkeiten, schon mit Stefaniak ein Schuss, der drüber geht. Ein Elfmeter, den wir nicht bekommen, ich habe es nochmal angeschaut, Stefaniak kriegt im 16-Meter-Raum den Ellenbogen ins Gesicht. Das ist ein klarer Elfmeter für uns, wo dann das Spiel auch nochmal, ja, dann vielleicht in eine Richtung geht. Zwei, drei Standards am Ende, können das Spiel nochmal drehen, können nochmal für einen Ausgleich sorgen. Meine Mannschaft hat, glaube ich, aufopferungsvoll gekämpft, hat alles gegeben, hat immer nochmal Wege nach vorne gefunden und gesucht. Hätten, glaube ich, ein Tor verdient gehabt, haben das leider nicht geschafft und jetzt müssen wir enttäuscht die Heimreise antreten. Ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf, dass wir an dieser Entstehung des ersten Tors natürlich selber schuld sind. Und dessen sind wir uns bewusst. Aber danach haben wir toll gekämpft, gut gespielt in Unterzahl und dieses Quäntchen Glück und ja, auch diese Entscheidung dann, ja, oder vielleicht mit dem Video, wäre es heute, glaube ich, anders für uns ausgegangen. Danke sehr. Danke dir, Markus. Damit das Wort an dich, Thomas. Ja, ich habe nicht mehr viel hinzuzufügen. Was Markus gesagt hat, kann ich ganz kurz bestätigen. Ich glaube, dass wir beide Mannschaften sehr viel Respekt voreinander hatten. Hat man gleich am Anfang des Spiels auch gemerkt. Und mit dem Elfmeter, ich habe ihn nicht gesehen, wenn Markus sagt, das waren Elfmeter, dann nehme ich das gerne so an. Dann ist es natürlich so, dass das Spiel dann in unsere Richtung gekippt ist. Ich bin grundsätzlich nicht dafür, dass in so einer Aktion dann eine Doppelbestrafung ist, weil man dann mit dem Elfmeter ja eh schon bestraft ist. Ja, und wir haben es nicht geschafft, in der ersten Halbzeit das zweite nachzulegen. Wir haben, denke ich, eine ganz gute Spielkontrolle gehabt. Aber wir wissen, jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, dass das unheimlich schwere Spiele sind. Der Gegner hat gutes Tempo im letzten Drittel. Wir hatten Spieler, die natürlich auch mal ein, zwei Situationen überspielen können. Und ja, da muss man ein bisschen vorsichtig agieren. Aber wir haben kaum was zugelassen. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann so, umso länger du natürlich dann den Sack nicht zumachst, wenn du dann eine Mannschaft am Leben lässt, eine Mannschaft wie Dynamo, die natürlich auch mit körperlicher Präsenz heraussticht und auch den einen oder anderen guten Standards schützen da hat. Wenn du dich dann in gewissen Aktionen sehr jugendlich anstellst, dass du dem Gegner Umschaltmomente gibst und dann auch noch zu einfach Freistöße hergibst, dann wird es nochmal enger. Und deshalb bin ich recht glücklich darüber, dass wir die englische Woche mit sieben Punkten abgeschlossen haben. Wir haben einen Tag weniger Regeneration wie der Gegner gehabt. Das wird meistens vergessen. Ja, unsere Mannschaft hat keine Vorbereitung in den Knochen gehabt. Wir sind gut in Schuss trotzdem. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir die Themen, die stören im Moment, sauber abhändeln und dass wir unsere Kräfte bündeln und dass wir dann diese Woche vernünftig arbeiten. Und auch die, die ein bisschen hinten dran sind, dass wir sie auch wieder dahin bekommen, dass sie aufholen und dass wir dann nächste Woche wieder sauber starten können. Dynamo wünsche ich von Herzen alles Gute, weil ich ja auch Markus sehr, sehr gut kenne und Ralf sowieso. Ja, eine gute Heimreise und ja, ihr könnt ruhig nur ein bisschen warten, um euren Lauf zu bekommen. Alles andere müssen wir selbst für uns machen. Danke, Herr Thomas. Damit gehen wir in die Fragerunde. Ich gucke hier gerade mal rein. Wir haben einige Kolleginnen und Kollegen online da. Bitte kurzes Handzeichen. Das geht virtuell und dann das Mikro aufgemacht und wir können loslegen. Jens Maaslich macht den Anfang. Herr Maaslich, bitteschön. Nee, Thomas, war noch unter Morgenpost. Bei mir geht es nicht. Herr Kaltzke, es war im letzten Sechs-Auswachtspiel der fünfte Platzverweis. Wird das für Sie langsam zum Fluch? Ich habe es akustisch nicht richtig verstanden. Fünfte Platzverweis im sechsten Spiel, ob das langsam zum Fluch wird? Tja, wir konnten nicht für alles was. Wie gesagt, es ist generell gerade so, wenn ich auf den Fußball schaue, dass es viele gelb-rote und rote Karten gibt. Manche zu Recht, manche zu Unrecht. Deswegen will ich das gar nicht immer bewerten. Natürlich muss Ziel sein, solche Situationen zu vermeiden, nicht in solche Situationen zu kommen. Aber wie gesagt, für alles können wir auch nicht was. Dankeschön. Mikro bitte wieder ausmachen, Herr Maaslich, sonst haben wir die Rückkopplung. Oder gibt es noch mal eine Nachfrage? Nicht der Fall. Danke. Nächste Handzeichen von Gottfried Sterner, Donaukurier. Bitte. Ja, Frage an Thomas Oral. Du hast versucht, in der zweiten Halbzeit mit Stendera und Preisinger da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Warum ist das nicht gelungen? Ganz einfach, weil der Gegner es dann teilweise mit sehr vielen langen Bällen versucht hat. Und wir uns in den Aktionen, wie die zweiten Jungs da waren, das nicht mehr sauber ausgespielt haben. Und wenn man Stendera nimmt, der ja schon ein bisschen Erfahrung auf dem Buckel hat, der dann dafür auch mitverantwortlich ist, dass wir sehr, sehr leichtsinnige Freistöße hergegeben haben, dann kommst du auch nicht mehr in die Situation, um Entlastung zu sorgen und vielleicht das zweite Tor zu machen. Dankeschön. Gibt es sonst noch Fragen an die beiden Trainer hier vorne? Ich sehe im Moment nichts mehr. Gut. Dann wollen wir es auch dabei belassen. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen da oben. Ein bisschen erschwert. Wir hoffen, dass sich das bald wieder ändert. Unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Alles Gute, Markus, euch für die Zukunft. Und bis zum nächsten Mal im Audi Sportpark. Und für die Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020 ganz schön. Vielen Dank.